Hallo und herzlich willkommen zu Teil 38 von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Seleukiden. Ich habe euch angekündigt, wir werden Hauptmann Lentullus als nächstes in die Flucht schlagen und das machen wir jetzt auch. Was hat er? Ui, eine Einheit Prinkipes, ob wir das schaffen werden. Ich bin zuversichtlich. Ich frage mich überhaupt, was er damit jetzt hier wollte. Vielleicht wollte er da mit seinem General oder Seitenerben helfen. Das ist mal gehörig in die Hose gegangen. Wir haben dann ausnahmsweise mal keine Schlacht im Walde. Ja, so und so. Und der Generale geht hier hin. So, haben wir gruppiert und dann kann es direkt aufgehen. Wir geben auch direkt hier Vollsprit. So, dann macht ihr mal das Feuer aus. Ja, ne. Das klappt nicht so gut, Junge. Blöde Römer. Oh, das war's. Gut, alles klar. Dann gebe ich jetzt nochmal Vollgas und, äh, ja. Wieder mal eine Armee aufgerieben. Ja, das ist der Götterwürdig. Das ist nicht der Redewert, würde ich beinahe mal sagen. Ich glaube, das war die schnellste Schlacht, die ich bisher geschlagen habe. Eine Minute 50 ungefähr oder so. Wow. Und dafür gibt es ein weiteres Merkmal. Krass. Herausragender Kommandant. Also. Wahnsinn. Ich bin ja begeistert. Okay. Äh, so. Was haben wir noch? Ich habe noch irgendwas vergessen, oder? Bereit. Oh, Flotte Korinth. Äh, hä? Äh, ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich wieder. Die Flotte habe ich vergessen. Die steht da aber auch so doof unter dem Schildchen, ne? Ähm, okay. Ähm, nein, wir laufen nicht den Hafen von, wir laufen nicht den Hafen von Korinth an. Oder? Machen wir es doch? Boah, ja, gut. Wir könnten hier natürlich jetzt auch direkt noch eine fette Armee auf die Beine stellen. Larissa ist auch so krass, ne? Ja, Strategos. Okay. Also, wir machen es doch so. Hafen von Korinth. Erste Truppe drauf. So, und zwar ihr bitte. Und das müsste eigentlich gehen. Jawohl. Dann. Athen. Äh, schickt mal. Wie ist denn das hier mit der öffentlichen Ordnung? Ja, okay, gut. Kann Athen eigentlich eine Runde Bauern darüber schicken, meine ich. Also, Bauern nach Korinth. Hm, naja. Aber es ist gar nicht so schlecht für die Garnison und so. Äh, ihr habt eigentlich noch genug Bewegung. Ja, Strategos. Hm, die können leider nicht so weit, aber... Die Milizhoppliten wollte ich ursprünglich mitnehmen. Befehle, mein Herr. Wir nehmen auf jeden Fall hier aus Sparta die zwei... Doch, komm, wir nehmen die Zwangspikiniere mit an Bord. Befehle, mein Herr, mein Herr, mein Herr. Und dann können wir auch die Hoppliten mitnehmen. Oder wir ziehen die erstmal nach Korinth. Ja, komm, so ist gut. Und, ähm, jetzt haben wir noch Einheiten in Larissa. Erstmal geht's ein paar Fleckchen vor. So, weiter geht's. Ja, Strategos. Wir haben hier eine fette Infanterie aufgebaut. Und, äh, damit geht's dann auch weiter. Wir nehmen auch direkt die... Wir nehmen direkt die Fetten mit rüber. Ja, Strategos. Äh, dann können wir noch mitnehmen sechs, sieben Einheiten. Okay. Wir haben hier definitiv mehr Einheiten, als wir brauchen. Ähm. Hm. Das sind drei... Vier... Fünf, sechs. Wir nehmen erstmal die sechs Einheiten hier. Jetzt könnten wir noch einen Generalen reinnehmen. Was ist mit dir? Ey, Claro, oder? Der hat doch jetzt gerade nur eine Auszeichnung gekriegt. Ey, hallo, ineffiziente Finanzbeamter. Blutlistern, Tja. Ist eine Überlegung wert. Sollen wir die mitnehmen? Ja, Kapitän. Ich sag ja. So. Kommst du auch mit. Wir sitzen fest, Sire. Jetzt haben wir direkt die nächste Ultra-Armee am Start. Und setzt die dritte Ultra-Armee, die wir gleich darüber setzen werden. Ey, die Römer, die haben so verschissen. Das ist die vierte... Ich muss mich korrigieren. Das ist die vierte Ultra-Armee. Und wir sind noch... Wir sind kein Stück fertig. Wir sind absolut noch nicht fertig. Es geht hier munter weiter. Ähm. Nur um witzig zu sein, bauen wir jetzt hier ein Schiff in Athen. Der Hafen ist hier unten. Bereit! Sind bereit! Auf der anderen Seite? Stopp, nein. Ähm. Wäre nicht so klug, meine ich. Wir bauen noch einmal Milizoppliten. Ach, die können wir gar nicht mit auf das Schiff nehmen. Das geht nicht. Da kommen wir nicht rum. Schade. Wäre ansonsten noch eine Idee gewesen, jetzt noch Milizoppliten nachzubauen und die direkt auf das Schiff mit draufzunehmen. Naja, okay. Kann man nichts machen. Da und da und da und da und da und da wird überall gebaut. Okay. Es ist wichtig, dass wir jetzt hier die Region nicht aus den Augen lassen. Die müssen jetzt permanent nochmal Einheiten rauspumpen und, ähm, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil die Städte hier relativ, äh, also jetzt ausgenommen von Athen, aber Korinth, Larissa und Sparta sind wirklich super Städte, um Einheiten zu rekrutieren. Ähm. Just for fun. Die tragischen Söldner. Ah, nee, die haben nur einen Trefferpunkt. Schade. Nee, es gibt ja, es gibt nur welche, die haben zwei Trefferpunkte. Die wären jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Aber die nehmen wir dann nicht. Okay. Gebaut haben wir überall. Es bleibt noch ein bisschen was übrig, meine ich. Was wir tun müssten. Sinope ist ja auch fast vor der Wachstumsgrenze. Hm. Ja, dann können wir hier den Tempel oder die öffentlichen Bäder bauen, das überlege ich mir noch. Aber in Sinope wäre vielleicht ja noch irgendwie, ja, keine Ahnung, können wir hier noch irgendeine sinnvolle Einheit bauen? Da unten sind schon wieder Rebellen am Start. Boah, ey, die kommen ja jetzt gerade wieder von überall her. Ist das nervig, ey. Nehmen wir Phalanx-Pikiniere. Sensen-Streitwagen. Nein. Zweimal Miliz-Kavallerie. Und zweimal Phalanx-Pikiniere. Nur jetzt, um diese Nerv-Backen da auszuschalten. Die werden wir dann auch gleich ausspionieren. Hier haben wir noch einen Agenten in Sardis. Wie sieht denn das hier mit der öffentlichen Ordnung aus? Also Spione scheinen keine drin zu sein. Kann man mal eigentlich hier gucken. Da ist aber nix. Wir sitzen fest, Herr. Rodders baut auch. So, dann geht's mal weiter hierhin. Und hier wollte ich die Einheiten fortbilden. Um nächste Runde gegen die Rebellen ins Feld zu ziehen. Dann wollen wir noch eine Miliz-Kavallerie nach. Ja. Ist das so ätzend, ey. Warum muss ich denn jetzt überall gegen diese doofen Rebellen da kämpfen, ey. Wir bauen hier noch einen Spion. Da sind wir da. Da sind wir jetzt zwei, drei, vier, fünf. Da unten habe ich vorhin schon eine aufgerieben. So, du wolle Memphis. Befehle? Weiter! Stoß vor! Weiter geht es nicht sein. Weiter geht es nicht sein. Marschieren! Hier ist ja auch immer so eine Region, die recht beliebt ist bei Rebellen. Weiter! Warte, Moment mal. Obwohl doch. Ja, komm, bilden wir fort. Was? 139 Denare für eine Einheit? Fuck you, ey. Also, ich bin zwar, ich bin zwar reich, aber ich habe auch nicht den Geldschisser. So, und die Bogenschütze gehen da rüber. Wir sitzen fest, Herr. Diese Infrastruktur zwischen Zusa und Seloykaya ist der Witz, ey. Die Städte könnten ruhig ein Feld näher beieinander liegen. Das ist echt der Witz. Nee, nee, nee. Okay. Wir sind dann so weit durch. Jetzt haben wir hier, katarischer Diplomat. Ach ja, genau. Was macht denn unser Diplomat hier oben? Ich wollte da mit den Briten noch einen Deal machen. Erwarte eure Befehle. Ich werde sofort mit den... Äh, Handelsrechte und Karteninfos. Na, schön. Ich könnte jetzt noch mit den Briten ein Bündnis machen. Ach, nee. Die Makedonen haben noch eine zweite Stadt da drüben. Boah. Naja, immerhin eine, die wir dann noch, äh... die wir dann auf jeden Fall einnehmen werden. Ähm. Ich glaube, die Briten würden sogar ein Bündnis annehmen. Das Problem ist, ich will eigentlich lieber ein Bündnis mit den Galliern haben. Sofort. Weiter geht es nicht. Ja, wir gehen mal hier gucken. Ihr irrt euch. Ich irre mich nie. Weiter geht es nicht. Wie, ich irre mich. Ich weiß, wo ich hingeklickt habe. Was meint denn der damit? Okay. Ähm. Das sieht ganz proper aus. Dann könnten wir... Schauen wir mal mal. Wir haben hier unten On-Diplomaten. Euer Ehren. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Ich gebe den... Ich glaube, ich gebe den Kartagern gleich mal 10.000 Dinare und dann sollen die, äh... die Numidier angreifen oder so. Ist zumindest mal, ähm... Ist zumindest mal meine Überlegung. Vielleicht machen sie es ja auch tatsächlich. Okay, gut. Also, ich glaube, wir haben alles verwaltet. Wir haben die wichtigsten Schlachten geschlagen. Ich mache dann jetzt an der Stelle... Schluss mit der Runde. Ey, könnt ihr mal aufhören die ganze Zeit? Nee, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Seuche in Apollonia. Ey, was... Und in Thessaloniki wieder? Nee. Nee. Oh, leck. Nee, oder? Wie geht denn diese Scheiße wieder? Ey. Ich... Was ist das denn, ey? Muss ich hier... Muss ich hier noch mehr Gesundheitsgebäude bauen, oder was? Ich bin echt froh, dass ihr jetzt gerade nicht seht, was ich hier für eine Fratze ziehe. Das kann doch echt nicht wahr sein. Und, äh... Sagen wir mal so, der Großteil der Wörter, die ich jetzt gerne sagen würde, würden wohl dazu führen, dass dieses Video hier ab 18 wäre. Ah... Ah... Okay. Ähm... Sehen wir es positiv? Ähm... Wir haben einen Großteil unserer Truppen hier abgezogen. Das heißt, äh... Apollonia ist zwar jetzt nicht ganz so stark garnisoniert. Ähm... Und, äh... Vielleicht kaufen es die Julia gleich. Allerdings... Ähm... Allerdings... 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 Nee, es ist nicht... Es ist jetzt nicht so ein großes Hindernis für uns. Das Problem ist, wir können hier... Mit, äh... Wir können hier mit unserem General nicht wieder zurück. Zumindest nicht jetzt nach, äh... Nach Apollonia. Ähm... Das heißt für uns... Wir müssen... Wir müssen... Abwarten... Bis wir Tarent eingenommen haben... Siedlung wird belagert. Was nächste Runde passieren dürfte. Siedlung wird belagert. Oder... Bis wir... Proton eingenommen haben... Was auch nächste Runde passieren dürfte. Sind bereit. Und dann... Ja... Ja... Wir können jetzt nicht weiter. Das Schiff ist bereit. Und dann... Und dann können wir die Truppen übersetzen. Hä? Ich kann aber da drüben nicht ganz wehrlos sein. Solange die Gallier dort sind. Das Meer gehört uns. Hm... Auch für einen klaren Sieg haben wir ziemlich viel verloren wieder. Okay, nein. Wir ziehen sie jetzt... Komm, wir ziehen sie jetzt aufs Schiff. Und, äh... Was haben wir hier? Den... Die werden wir... Versenken. Naja, okay, gut. Zumindest sind sie jetzt mal dort gebunden. Okay. Ähm... Hier wird es jetzt... Den Römern auf Sardinien an den Kragen gehen. Oder... Sollen wir damit... Das ist die Frage. Was machen wir zuerst? Also... Erobern wir zuerst... Komplett Italien? Ich meine, das sind alles Armeen, mit denen wir auch, äh... Rom einnehmen könnten. Oder... Erobern wir zuerst Sizilien? Hm... Also in Sizilien sind mal definitiv drei Städte am Start. Ähm... Drei Städte bedeutet für uns... Wir sind drei Punkte näher an unseren Siegbedingungen. Und, äh... Rom hießen natürlich, der Senat ist mal ausgeschaltet. Auf der anderen Seite könnte es gut sein, dass wenn wir hier die... Ich glaube, die Städte gehören alle den Skipionen. Wenn wir die holen, sind die Skipionen eigentlich ausgeschaltet. Ja... Das machen wir. Wir schalten zuerst die Skipionen aus. Ähm... Rom traut sich ja eigentlich nicht mit einer Senatsarmee, äh... Vom Kontinent runter. Was... Was total anachronistisch ist. Denn das haben die Römer ja früher total oft gemacht. Ja, und ich glaube, dann nehmen wir hier die Armee, um, ähm... Gegen Rom zu schippern. Ja, die ist auch von der Infanterie her besser geeignet. Okay. Ey, wir haben echt Schwein gehabt. Wir haben echt unglaublich... Boah, wir haben echt unglaublich Schwein gehabt, dass wir da jetzt nicht wieder von der Seuche getroffen wurden. Naja, okay. Ähm... Schicksal, würde ich sagen. Ähm... Ähm... Ja, wir bauen mal munterweite Einheiten. Ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie... Ach, scheiße... Ah, ne, puh, die Spione waren draußen. Könnte... Ich hab jetzt aber fast die Vermutung... Ich hab jetzt fast die Vermutung, dass da Spione dran beteiligt sind. Weil es sind... Es ist in zwei Städten gleichzeitig ausgeworfen. Gut, Thessaloniki war vorher, aber... Ähm... Thessaloniki war ja eigentlich wieder ne... Ne freie... Ne freie Stadt. Ja, also da war ja keine Seuche mehr... Da war ja keine Seuche mehr vorhanden. Ja, wir können jetzt nicht weiter. Ja, nach Antiochia bitte in den Hafen. Setz die Segel! Wie, das geht nicht. Wirst du nach Antiochia schippern können und... Boah... Setz die Segel! Ja, ich bin jetzt auch immer ein bisschen angepisst, aber... Okay. Sind bereit! Sind bereit! Ähm... Dann einmal den Hafen von Athen. Befehle! Und... Dann nehmen wir die etwas erfahreneren Hopliten. Dann einmal den Hafen von Sparta. Ähm... Dann kommen die Zwangspikiniere. Das ist ne schöne Armee, ja. Die ist, äh... Die ist zwar klein... Allerdings... Oh, wir warten noch ne Runde in Sparta würde ich sagen. Können wir die Schiffe fortbilden? Ne, können wir nicht. Hm... Aber dann nehmen wir gleich noch die, äh... Die Bogenschützen mit an Bord. Und aus Athen holen wir mal noch... Die Bauern. Dann bauen wir nochmal Bauern nach. Haben wir Sparta auch gut gesichert. Könnten wir sogar nur die Pell-Tasten mitnehmen. Das wär doch mal was. So, jetzt gehen wir erstmal hier... Scouten. Da tut sich nix. Hm... Ja, wir können gleich wieder ein paar Gebäude bauen. Das... Müssen wir ja auch noch erledigen. Was ist das da? Das waren die... Oh, das sind jetzt 150 auf einmal. Moment ja, immer mehr. Hm... Woher kommen die denn? Ey, sag mal, haben die einen Leuchtturm erobert, oder was? Ah... Nee. Und ich... Ich stehe jetzt hier mit meinem frisch gewaschenen Hals... Und hab gedacht... Der greift mich hier oben an. Nerv. Das ist die nächste... Oh, das ist die nächste Rebellenarmee. Warum muss es immer so laufen? Warum... Hm... Okay, ich höre jetzt auf zu heulen. Ich will ja nicht wirken wie ein kleines Mädchen. So, Hatra wächst. Den Übungsplatz nochmal später. Aber es war ja abzuwarten, dass Hatra wächst. Also Großstadt wächst. Theben. Wow, die Stadt wird immer größer. Aber wir müssen die öffentliche Gesundheit in den Griff kriegen. Und dazu brauchen wir einen Markt. Wenn ich mich nicht irre. Hm, obwohl... Ja doch, den Markt und dann den Königlichen Palast. Ach, Moment halt, wir können ja die Kanalisation bauen. Die bauen wir zuerst. Kanalisation und dann den Königlichen Palast. So. Ereignisse einer Seite. Wer kriegt denn da einen Biografen? Ach, du bist das. Okay, mhm. Gut, da gibt's dann... Ach nee, Moment mal, da haben wir ja schon einen drin gehabt. Oh, Pyrrhus kriegt einen Hefaisauspriester. Einen Erfinder und einen Arzt. Gut, den Arzt kriegst du schon mal du. Mein Herr? Das war doch unser Generalsor. Ja, der hatte ja auch nur so Militärsachen eigentlich, ne? Und, äh, ja, den Hefaisauspriester und den Erfinder, ja, das ist klar soweit. Ähm, wobei er mit dem... Mein Herr? Tja, jetzt... Ich mein, jetzt hat er einen Punkt, ne? Ah, okay. Okay. Gut. Alles klar. Dann gucken wir uns noch den Baubericht an. Also, Tarsus gibt's einen Markt. Ach, da können wir jetzt unsere Akademie bauen. Klasse. Machen wir auch. Seloykaya baut die Ratskammer. Gut, dann gibt's jetzt das. Und, äh... Dann gibt's noch die Agora. In Jerusalem gibt's die Ställe. Da sind wir nur noch bei 85%. Ja, dann bauen wir noch, äh... Tja. Oh, ein paar Zwangspikiniere, oder? Wie teuer sind die vom Unterhalt? 150 und die? 100? Ne, dann bauen wir die. Okay. Äh, Salamis baut den Stadthalterpalast. Gut. Hier können wir ja fast auch mal einen Stadthalter draufsetzen, ne? Äh, zumindest mal so demnächst. Ähm, dann bauen wir den Hafen danach mal aus. Ähm, Theben baut den Händler. Ja, das haben wir ja schon gemacht, ne? Pergamon baut einen Markt. Gut, da kommt die Ratskammer als nächstes. Bostra. 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 Da ist Aufstand. Warum ist da Aufstand? Dann brauchen wir also einen Spion. Den rekrutieren wir aber hier. Da holen wir jetzt keinen rüber. Oder sind das die Piraten da unten? Die dafür verantwortlich sind. Was geht denn, Petra? Zwei Runden. Zwei Runden und dann den Hafen. Ja, so könnte das gehen. Was braucht, was braucht denn hier zwei Runden? Der Esculap-Tempel braucht zwei Runden. Nun die Kanalisation. Dann bauen wir die Kanalisation und danach dann in beiden Städten den Hafen. So. Nicomedia. Ja, ist schon alles geregelt. Eine Agora. Was haben wir hier für ein Tempel? Aphrodite. Ein Prozent Bevölkerungswachstum. Das machen wir noch, bis wir die 12.000 voll haben, würde ich sagen. Bauen wir hier mal die Stelle. So, weiter geht's. Kydonia baut einen Markt. Ähm. Ja, wir bauen mal die... Wir bauen mal die... Wir bauen mal die Holzmauer. Es schadet vielleicht nicht hier so eine etwas dickere Mauer zu haben. Thessaloniki baut einen großen Tempel. Gut, danach kommt der Markt. Ach, das haben wir ja schon eingerichtet. Athen kriegt den Händler. Dann, ähm... Könnten wir eigentlich mal den Markt bauen. Na, die Stadt ist halt echt so schlecht ausgebaut, ne? Ne, dann bauen wir die Minen. Das bringt nur ein bisschen Kohle. Bringt auch Beschäftigung für die Bevölkerung. Ist auch immer gut. Schön. Dann haben wir den Baubericht fertig. Okay. Rekrutierungsbericht schenken wir uns. Gefolge vergrößert sich von Karenos. Ja, genau. Der kriegt den Arzt. Okay. Was machen wir als erstes? Ich glaube, wir nehmen die... Ich glaube, wir nehmen die Stadt hier von den Makedonen ein. Okay. Dann, ähm... Schauen wir mal, was wir jetzt gegen die Makedonen da aufs Ei kriegen. Also eigentlich können die ja nix. Aber die Stadtbelagerung hat ja für mich immer noch die ein oder andere Überraschung parat gehalten. Mal schauen, wie wir das da hinkriegen werden. Ja, wir stellen die Positionierung. Okay. Das erste, was wir machen, ist, die Bogenschützen holen wir mal da von den Ramböcken weg. Das macht die AI ja immer sehr zuverlässig. Ne, gruppieren bitte. So, Phalanx raus und, äh... Phalanx rein. So, wir brauchen drei Löcher in der Mauer. Dann Zwangspikiniere. Zwangspikiniere. Und wir brauchen hier nachher noch ein Loch, wo wir mit den, äh... Also da drüben brauchen wir nur ein drittes. Ob wir auch nur durch können. So, dann kommt der General mal hier hin. Hm, die Streitwägen nehme ich nicht mit rein. Ich glaube, die sind für die Stadteroberung ungeeignet. Die Sensenstreitwägen nehme ich nicht mit rein. Ich glaube, die sind für so eine Stadtbelagerung ungeeignet. Aber... Vielleicht weiß einer von euch da genau Bescheid, ob man, äh... Ob man damit was machen kann. Also ich meine, das ist nicht geeignet. Okay. Also. Dann geht's mal direkt auf die Mauern. Und, äh... Die, äh... Bogenschützen schießen mal direkt auf die Pelltasten. So. Und das nehmen wir auch noch mit. Marschieren! Nach vorn! General! Marschieren! Sie greifen uns an! Einheiten! Bogenschützen! Ja... Los, los, los! Marschieren! Können wir auf den General schießen? Ne, natürlich nicht, ne? Äh... Der ist wahrscheinlich irgendwie, äh... Pfeilimmun oder so. Okay. Aber jetzt können wir... So, einmal... Einmal haben wir abgefeuert. Für mehr hat's nicht gelangt. Unsere Soldaten sind an den Mauer. Kriegen wir die? Jetzt müssen sie sie niederrammen. Oh, die erspasten, ey! Schnell! 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 Ne, dann lassen wir das. Und da sind mir die Pfeile zu schade für. Dann rammen wir jetzt erstmal das Tor. Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock hat gute Arbeit geleistet. Ja, und jetzt holt euch den mal wieder. Jo... Mh... 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 Zeigt keine Gnade. Die feindlichen Mauern sind gefallen. Begrabt nun ihre Soldaten unter den Trümmern. Also das wäre der erste Tag, an dem ich Gnade zeige. So... Ja, ein Loch brauchen wir noch in der Mauer. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Naja, kommt schon nochmal diese... Das sind das... Das sind Zwangspiginiere, ne? Ja, ich kann's nicht riskieren jetzt... Obwohl... Vielleicht kann ich's doch riskieren. Einheiten! Wären Kämpfer vorwärts! Nein! Einheiten, stopp! Okay, jetzt riskieren wir's mal. Bewegung! Mach's fort! Bikiniere! Marschiert! Marschiert! Nein! Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Kein Häuser! Kein Kämpfer annehmen! Kompliten! Vorwärts! Bikiniere! Vorwärts! Ja... Bikiniere! Bogen schützt! Halt! 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 Komm, dann gehen wir auf den ohne Befehl feuern Modus. Ah ja, das scheint ja geklappt zu haben. Okay... Zwangsbikiniere! Heute lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen und unsere Truppen sollten vorstoßen. Also, da ist relativ frei. Hier ist ein bisschen was am Start. Okay, dann werden wir... Moment, das sind die Zwangspikiniere. Das sind Phalanxpikiniere. Gut, die Zwangspikiniere werden wir auch noch dazu nehmen. Die stellen wir hier auf. Die eine Einheit Bogenschützen stellen wir hier hin. Die andere Einheit wird sich dann darüber bewegen. Gut, alles klar. Dann habe ich das gesehen, was ich sehen musste. Geht doch mal in die Phalanx. Ich habe da F gedrückt. Ja, dann machen wir mal raus. So. Dann geht ihr da jetzt mal rein und ihr bewegt euch mal ein bisschen vor. Bitte schön in der Phalanx bleiben. Ich will jetzt nicht sehen, dass sie hier aus der Phalanx rausgehen. Ja. Das sieht ganz gut aus. Und das hat ganz gut geklappt. Und das hat ganz gut geklappt. Und das hat ganz gut geklappt. Dann können wir jetzt auch die Pell-Tasten mit reinnehmen. Ja, das scheint auch ganz gut zu klappen. Was sind das? Milizhopliten. Naja. Na, die sollten wir aber schaffen, oder? Ich meine, wir sind in der Phalanx und die sind raus. 50, 78, 51, 78. Ja, das wirkt ganz proper. Ja, und die stellen sich schon wieder zum Pinkeln an die Häuserwände, ne? Also, das ist nicht beabsichtigt. Okay. Da ist einer der Plätze. Dann werden wir uns da mal vorwärts bewegen. Machen wir da mal die Gasse dicht. Okay. Das sind Phalanx-Pikiniere. Die sind jetzt auch aus der Phalanx rausgehend irgendwie wieder rein. 116, 83, 114, 81. Also, da sind die Stärken so in etwa 1 zu 1. Wobei, wir greifen jetzt mal so an. Von der Seite. Das ist dummerweise die Seite, auf der sie ihren Schild haben, aber... Es müsste trotzdem klappen, wenn wir sie von zwei Seiten in die Mangel nehmen. Haben sie eigentlich keine Chance. Ja, das hat doch mal ganz gut geklappt. Es ist ja auch selten, dass ich nicht von irgendeinem General gechargt werde. Achso, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, dann gibt's jetzt hier... Hier gibt's jetzt was zu sehen. So, Leute, jetzt guckt mal. Stopp. Purzel, Purzel. Klatsch. Ja, Frontal Phalanx-Chargen, ne? Nicht so eine gute Idee, Jungs. Genau, bleibt schön stehen. 64. Nicht so viel verloren. Jetzt sind die Peltasten dran. Klasse, gut. Aha. Und, äh... Können wir die unter Beschuss nehmen? Ja, dann machen wir das mal. Dafür sind sie ja da. Hey, Tasten! Schnell! Hey, Tasten! Schnell! Oh, Bliten, Millie! Kommt da noch was nach? Ja, da kommt die nächste... Der nächste Charge. Sind das andere? Weiß ich nicht. Äh... Sie werden nicht lange überleben. Okay. Jetzt seht ihr auch, warum die... Das war ja eben eine Anmerkung letztens, äh... Die, ähm... Dass die Schlachten ziemlich lange dauern. Ihr seht ja, der... Der kommt halt immer wieder mal zurück. Und gerade bei Schlacht... Ähm... Bei Schlachten in der Stadt. Das ist immer sehr ätzend. Das heißt, ich muss hier wirklich, äh... Kleine Brötchen backen. Und kurze Schritte gehen. Aber die leben ja noch alle. Okay, also ihr könnt sie nicht treffen. Ich kann sie nicht treffen. Und, äh... Sie können nicht treffen. Dann, äh... Ja. Dann müssen wir das nochmal machen. Oh, wer rusht denn da wieder? Da kommt er auch nochmal. Okay. Gut, ich glaube, das können wir jetzt so formieren. Und, ähm... Genau. Und uns so nach vorne bewegen. Können wir auch gruppieren. So, den General nehmen wir mal zur seelischen Unterstützung der Truppen mit darüber. Jo, genau. Töte sie, Sex-Machine. So. Halt, stopp, nein. Genau, ja. Also, das ist das, was ich meine, ne. Der kommt, äh... Der kommt einfach immer nochmal wieder. Ganz schön viele, äh... Ganz schön viele Phalanx-Pic-Niere verloren. Was... Was ist denn das jetzt für ein Käse? Raus damit. Wusste gar nicht, dass, äh... Drag-and-Drop hier tatsächlich geht. So. Dann könnt ihr mal ohne Befehl feuern. Und... Was ist denn das da? Ich sehe dummerweise nix. Aber ich befürchte, da steht nämlich links hier, steht so ein Typ in der Mauer drin. Und ich habe eine ganz böse Vermutung. Ja. Die sind nicht in der Phalanx drin, weil der Typ da hinten an der Mauer steht. Hier, da, der Spasti. Und deswegen werden die jetzt voll überrannt und wir werden jetzt eine Einheit verlieren. Das ist echt kacke. Das ist echt ultra kacke. Und was macht ihr da unterm Baum? Die stehen irgendwie auch nur so halb in der Phalanx drin. Ach, so eine Kacke, ey. So eine Kacke. Na gut, da kann man jetzt nix machen. Ähm, also das da ist echt... Das muss ich mir fürs nächste Mal merken. Das ist keine gute Passage, um weiter vorzumarschieren. Ja, jetzt werden wir die Einheit verlieren. Das ist schade. Die hatte zwei Beförderungen. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Das passiert halt leider sehr oft. Ja, ne, Moment mal, ihr müsst langsam machen. Verliere ich die jetzt auch, oder was? Geht ihr bloß wieder in die Phalanx rein? Also das ist definitiv, das ist definitiv total verbuggt hier. Also ich weiß nicht. Ich schiebe es ja... Ich schiebe es ja sehr gerne auf andere Ursachen, wenn ich hier faile. Aber ich bleibe dabei, dass hier war ein Bug. Ich bleibe dabei, dass da war ein Bug. Echt, die Milizhoppliten sind hinterhergerannt. Und eigentlich sollte hier vorne alles dicht gemacht werden. Nur irgendwie der eine ist hier in der Mauer gestanden. Die Milizhoppliten waren nicht mehr in der Phalanx drin. Und ja, das passiert halt leider. Marschiert! Söldner Peltast! In der Wegeung! Marschiert! Bogenschützen! Bewegung! 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 Schützen! So, gucken wir mal. Werden wir nochmal gecharged? Ja, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich werde jetzt hier erstmal die Peltasten ausschalten. So, jetzt können wir auch nicht mehr schießen. Okay. Zwangsbequenieren! Nach vorn! Ob Glied um die Linz! Vorwärts! Bequenieren! Vorwärts! Bogen der Altemis! Vorwärts! Bogenschütze! Ja. Vorwärts! Okay. Ich sehe schon, das wird jetzt wieder ein sehr langer Teil und er wird länger als ich erwartet habe und als ich gewollt habe. Und die stehen jetzt wieder nicht in der Phalanx drin. Oder was? Oder was? Nein, standen sie nicht. Steht keiner in der Phalanx drin. Bewegt ihr euch dann mal hier rüber und... Ach ja, schön. Da werde ich jetzt auch wieder einen Haufen Truppen verlieren. Und greifen wir mit denen mal in den Nahkampf ein und dann nehmen wir den General auch noch hinterher und... Ach. Ja. Ist es nicht... Ist es nicht langweilig? Oh, da... Tatsache, sie haben es überlebt. Krass. Also sie standen dann wohl doch in der Phalanx drin, oder? Der nächste Charge auf die Phalanx. So, ich gebe jetzt mal Vollsprit. Und dann war es das. Sehr, sehr schwere Geburt für mich. Okay, gucken wir mal. Also keine Einheit hat Erfahrung verloren. Die Milizhoppliten waren irgendwie die effektivsten. Ich würde jetzt gerne die Schlachtstatistik von ihm sehen. Wir haben sehr viele Verluste geheilt, ehrlich gesagt. Wow. Wow. Von den 57 Phalanx-Pikinieren, die wir verloren haben, wurden 57 wieder geheilt. Das ist krass. Das ist sehr krass. Cool, okay. Ja, gut. Dann kann ich damit leben. Dann hat es halt... Sollen so sein. Ja, okay. Und wir kriegen noch ein neues Merkmal, oder was ist das? Oh, ich glaube... Das ist die Frage, sollen wir sie besetzen oder versklaven? Ich glaube, wir versklaven sie noch ein bisschen. Und schon sind die Leute wieder glücklich. So, was kriegen wir denn für Merkmale? Plus 4 Kommando. Perfekter Kommandant. Okay, und? Sklavenhändler. Cool, okay. Ähm, dann reparieren wir mal die Stadtmauer und dann bilden wir mal die Standardeinheiten fort. Wir können tatsächlich hier einen Attentäter bauen, den wir nicht brauchen werden. Ähm, stattdessen bauen wir nochmal Milizoppliten. Nicht Milizoppliten, sondern Zwangspikiniere. Und mit dem Steuersatz können wir jetzt sogar auf hoch gehen. Ach, schau mal an. Wer ist denn das? Oienus. Okay, korrekterweise Oienus ausgesprochen. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Äh, ich bin mal gespannt, was du noch willst. Ist ja ein bisschen, ist ja ein bisschen was drin. Fünf Einheiten. Ist es jetzt der Seitenanführer? Wahrscheinlich. Ähm, ich bin mal gespannt. Was entdeckst du mir denn? Moment, komme ich erstmal direkt an ihn ran? Nein, komme ich nicht. Also ganz geht nicht. Spioniere. Und, äh, das wir überlebt haben, ist ganz krass. Ah, nee, Meisterspion bringt. 20% Nachlass auf Agentenausbildung. Kräuterarzt. Aha. Demeter Priesterin. Mhm. Plus 1 auf Anbauertrag. Wow. Ackerbauer. Plus 1 auf Anbauertrag. Der Typ ist. Das Gefolge hätte ich gerne. Hm. Tja. Okay. Ähm, ja, Leute. Dann, ähm, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Ähm. Ähm, und, äh, das ihr so geduldig wart mit meinen absoluten Fails, die ich da heute bei der Stadteroberung hingelegt habe. Freut mich, dass ihr euch das trotzdem angetan hat und entschuldigt bitte nochmal das ganze Gejammer. Im Nachhinein ist mir das jetzt ziemlich peinlich. Ähm, ja, ich bitte um euer Verständnis. Gut. Ähm, es geht dann weiter. Demnächst mit Teil, äh, ist es 38 oder 39? Ich weiß es gar nicht mehr. Schaut einfach den nächsten Teil in der Playlist. Und, äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und, äh, macht's besser als ich also. Bis dann. Tschüss. Tschüss.